Perfekt. Du bist drauf, ne? Party Invite Izzy. Izzy ist nicht online. War ne Lüge jetzt, ne? Jetzt bin ich online. Ja. Sponium, meine Freunde der Leichten und Zeichen und Daten. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lucky Race mit dem Islord. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Nicht dein Ernst, Alter. Lucky Race sollte euch allen ja noch bekannt sein. Man muss die Lucky Blöcke aufmachen, Izzy, ne? Nicht vergessen. Ach so, ich weiß gar nicht, was abgeht, aber... Lucky Blöcke aufmachen, Jump'n'Run, Spaß. Ah, das ist ja tatsächlich schon Intuition, wenn man so ein Lucky Block Ding sieht, ne? Das ist ja unser Leben. Das müsste unser Leben sein. Ist es schon ziemlich. Ist es das wirklich? Live. Kann ich was verlieren, wenn ich unterfalle? Ne. Ich meine nicht, ne. Es gibt Inventory. So, jetzt hab ich da ordentlich abgesahnt. Und ist Teams erlaubt. Ähm, in der Seite seht ihr schon, äh, wo jeweils der Izzy und auch, äh, ich dann sind. Äh, nur damit ihr Bescheid wisst, falls ihr das nicht wisst. Keine Ahnung. Ich hab den Modus lang nicht mehr gespielt. Ich hatte am Anfang sehr viel zu meckern. Sehr viel zu meckern. Und jetzt bin ich mal gespannt. Äh, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was, äh, da jetzt so dazugekommen ist vielleicht, ne? You never know. Vielleicht, also ich mein, ich will ja nicht sagen, ich will ja nicht sagen, dass ich das gesagt hätte, aber hab ich auch nicht. Also, krass. Zack, aber es geht jetzt halt um die Lucky 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 Blöcks, ne? Die müssen jetzt halt... Guck mal, ich bin voll weit vorne, ne? Den geilen Scheiß, äh, sammelst du Lucky Blöcke ein? Ja. Sicher, alle? Hallo, hallo. Hast du die auch von der ersten Insel, wo du startest, eingesammelt? Nein. War noch nur drei, oder? Äh, vier. Hier? Ja. Verrückte Sachen sind passiert. Wiss ich grad nicht. Aber die anderen sind auch so superschnell, ne? Ja, ist ja auch okay. Also, man muss ja, ne, man kann Sachen machen warm, man kann Sachen machen kalt, sag ich immer. Deswegen... Man nennt mich deswegen auch den Peter, du darfst... Wow, 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 aggressives Bunny! Der Lucky Blocks. Yo, 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 wow, wow, wow. So, man macht jetzt hier weiter. Das ist nicht gut. Man bekommt schon krasse Sachen, ne? Hm, hast du gute Sachen? Ja, Ultra. Ernsthaft? So Diamantenzeug und so? Ja. Okay, das ist gut. Dann müssen wir uns gegenseitig nicht so krasse krippen. TNT-Bogen hab ich bekommen auch. Das sieht ganz nice aus. Tatsächlich, ähm... Ist hier noch irgendwas? Kann doch nicht sein, dass da so wenige waren. Dem vertraue ich nicht ganz. Ich hätte dem vertrauen sollen an der Stelle. So, ähm... Zabbeldi, blubbeldi, blub, blubs, Hetz, Latz, Props, Retz. Ich hatte schon echt viele Lucky Blöcksel. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, ich hätte voll gerne so eigene Lucky Blöcke. Kann man am Ende noch craften oder craftet man am Ende, bevor es losgeht? Äh, ich glaub nicht. Ne, man geht einfach in eine Arena und flippt dann auch. Das ist doch mal eine Doppelwoche hier mit. Lucky Race? Ja, doch. Nein. Doch, doch. Ja, stimmt. Aber echt lang her. Das war doch das, wo man so am Ende so übelst lange irgendwie... Fighten musste er, genau. Da hat aber auch der liebe Dr. Banks, dem der Server ja gehört, mir geschrieben, dass wir da ja schon dran arbeiten. Jetzt, Dr. Banks, stelle ich dein Wort in Frage. Was? Ja, weil er hat ja geschrieben, die Macher haben was dran gemacht, weißt du? Stellt man nicht über etwas in Frage... Ah, ne, stimmt schon, das Rest habe ich nicht gesagt. Was stellt man denn sonst? Ich dachte, man stellt es in Frage, wenn es immer noch nicht besser geworden ist, aber das ist... Hey, ich würde gerne mal eine Frage stellen. Ist es besser geworden? Oh, ich habe einen kleinen Dork auf meiner Seite. Stolz. Ich bin echt... So, ich habe auf jeden Fall... Ich verstehe es nicht so ganz. Warum bin ich denn jetzt auf einmal wieder so weit hin? Ich bin doch quasi durchgelaufen. Ich glaube, das ist back. Ich glaube, da haben wir wieder was zu kritisieren. Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt mal in Kritik. Also, es ist nur Kritik. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist nur Kritik hier. No hate. No hate, aber... Aber Kritik. Also, keine Ahnung. Ich habe jetzt rein aus Emotionen halt gehandelt. Okay, jetzt geht das schon wieder los. Da ist Stummi immer ganz vorne dabei. Unterschwellig Kritik anbringen oder unterschwellig mich lustig machen. Das ist ja nicht immer Kritik. Ich bin mir eigentlich nur lustig darüber. Das ist alles kritisch. Alter, Alter. Alter, Alter, Kritik. Okay, gut. Warte mal, Spaß, weil das Jump'n'Run ist so fucking einfach, dass ich noch nicht einmal runtergefallen bin. Ich auch gar nicht. Vollkommen verrückt. Genau mein Ding. Okay, der hat das Ziel erreicht aber jetzt, ne? War auch nicht so geil. Das heißt, wir müssen ein bisschen schauen. Die 30 Sekunden haben wir noch. Aber ich will unbedingt noch ein paar Sachen mitnehmen. 30 Sekunden. Boah, ich habe noch so viele Lucky-Dinger. Die muss ich gerade alle abbauen. Ja, schnell, schnell, schnell. Das sind aber keine 30 Sekunden mehr. Wo ist die Zeit? Oben rechts, oben rechts, oben rechts. Wo ist die Zeit? Wo ist sie hin? Okay, da habe ich noch ein bisschen was. Und den kriege ich auch noch. Ach, Eisen. Nein, jetzt noch so viele zum Emblem. Oh Gott, Izzy. Oh Gott, ich hatte auch noch vier Stück. Alter, das war aber echt krass. Okay, Teams sind erlaubt. Wir sehen uns ja gegenseitig. Ich habe mich auch noch nicht sortiert, muss ich zugeben. Ich auch null. 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 Ich glaube, ich mache mir mehr Damage damit als dem. Wieso kann ich kein Emerald-Schwert machen? Also es geht nicht mehr so was, ne? Äh, ne. Da nicht zumindest. Oh Gott, ich habe doch Pfeil und Bogen. What the fuck? Ich verschwinde hier gerade. Okay, es gibt aber auch nur noch drei Leben. Das ist ganz nice. Nicht mehr fünf. Das war ja der große Knackpunkt hier am Anfang. Oh Gott, ey. Ich habe jetzt so viel Eisen, aber kein Holz mehr. Oh doch, ich habe ein Crafting-Table. Und da kommt jemand. Wo bist denn du? Beschreib mal Umgebung. Ja, ich bin unten. Ich bin ganz unten in der Kurve. Okay, unten in der Kurve. Okay, ja. Kein großer Fan davon. Unten in der Kurve zu sein gerade, gebe ich zu. Ich habe auch einen TNT-Bogen übrigens. Das ist sehr nice. Also meiner ist, glaube ich, im Arsch. Kann ich jetzt mit Emeralds überhaupt nichts craften? Ähm. Ne. Also weiß ich nicht. Vielleicht ein Schwert oder so? Ich bin mir nicht sicher. Hier sind auch überall... Ne, ne, Schwert geht nicht. Schwert geht nicht. Das ist nur bei unserem Mod-Pick-by-Lucky-Bogen. Boah, Gott, Alter, habe ich da gekommen. Wie ein junger... Gott! Dankeschön. So. Ich bin jetzt ganz oben. Ich sehe dich nicht. Echt? Mhm. Nice. Dann lass den mal zerstören. Nice, Izzy. Nice. Pass auf, da kommen Leute. Da kommen Leute. Hinter uns direkt. Ich gucke mal, ob ich die runterkicken kann. Boah, das war so knapp. Genau, kick die mal runter zu mir. Boah, ich glaube, einen habe ich fast bekommen, oder? Ne, aber nur fast. Ah, fuck, ey. Jetzt habe ich auch nur noch zwei Leben. Ich schüttel mir gerade den nächsten. Hä? Down. Hä? Was hat er denn für ein Schwert? Ich weiß, ich hatte full life. Absorption. Ach, das hätte ich jetzt wahrscheinlich bei den beiden machen sollen. Dann hätte ich schön kicken können. So, da werden wir schön abstauben gehen jetzt, Leute. Wen willst du eigentlich kicken? Fie. Mein TNT-Bogen geht ab. Oh Gott. Hä? Warum kann ich gar nicht mehr? Ich habe gar keine. Okay. Okay, uncool. Hä? Okay, uncool, uncool. Hä, war ich jetzt schon wieder tot? Izzy, was passiert bei dir? Das ist, ich bin einfach instant tot. Izzy. Izzy, was passiert? Ach, ich habe meine Chests nicht an. Oh. So, ich muss auch mal wieder ein bisschen mit Feuerzeug umgehen lernen. Ach, ich habe nicht nur meine Chests nicht an, ich habe auch gar keine. Ich hätte noch eine, ne? Dia und so. Ja, ich habe auch Dia jetzt an mal gezogen. Ich hätte mir die nur craften müssen. So, mal wieder wie früher schön ein bisschen hier. Jetzt habe ich mir so einen ultra heftigen Trank reingeballert und niemand ist in meiner Nähe und der ist jetzt hier. Ja, hier ist auch gerade semi geil. Gebe ich zu. Wieso habe ich mir denn in den Trank geballert? Das wäre ja komplett dumm. Hm, ja, irgendwie sind die Jungs da ziemlich auf einen aus. Also, ich werde mir jetzt auch mal... Wo bist denn du? Ich bin jetzt wieder unten in der Kurve. Bitte gerade verfolgen. Ich komme, ich komme, ich komme. Lass reingehen. Warte. Okay. Pass auf. Der Typ muss gleich down sein. Nice. Okay. Oh Gott, ich brauche noch gerade einen Apfel. Ja, ich habe ihn. Ich gehe drauf zumindest. Richtig viel Damage kriegt der. Nice. Oh Gott. Oh Gott. Okay, da waren die Sachen drin. Alles easy. Achtung, da kommt wieder einer. Da kommt wieder einer. Oh Gott, oh Gott. Ich bin gar nicht bereit dafür gerade. Habe ich mir einfach einen Evil Potion rein? Wow, er hat einen Evil Potion bekommen. Nice. Oh, das war sehr gut. Der kriegt Damage. Das war eine richtig gute Potion, Izzy. Boost! Bam, Junge! Okay, nicht passiert, aber... Boost! Oh Gott, jetzt hast du dich aber rausgehauen aus der Kurve. Oh, Junge, ey. Ich hänge voll fest. Oh Gott, hinter dir kommt noch einer. Okay. Oh Gott, mein Kopf ist im Arsch. Ich brenne. Bin hinter dir. Oh Gott, hinter uns sind drei, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Dreierteam. Das wird natürlich eine schwierigere Mission, ne? Ja, beziehungsweise ich bin tot. Und habe mein Schwert weggeworfen. Auch dumm. Ja. Ich glaube, das sieht nicht gut aus für uns, Izzy. Dreierteam schaffen wir nicht so. Nee, nee. Das ist echt doof. Obwohl, nee, ich glaube, die kämpfen doch gegeneinander. Oder? Nee, doch nicht. Oh, nee, die kommen, die kommen. Ja, die sind ein Dreierteam. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hast du noch irgendwas Geiles? Hm. Nicht darauf. Zurück, 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 zurück. Die kommen von der Seite. Geht. Komm nicht. Zumindest nicht auf mich. Ja, ich habe zwei Stück am Arsch. Okay. Oh, Alter. Jung. Ich habe echt nichts mehr Geiles langsam. Na ja, ich bin auch jetzt gerade irgendwie, ich sag mal, geht geiler. Wo bist denn du? So, ich bin jetzt wieder oben drauf. Ich bin, ich komme nach oben, ich komme auch wieder dahin. Ich bin sofort da. Bei diesem komischen, bei diesem Kugel. Ich habe einen dabei. Ich habe einen dabei. Okay. Okay. Okay, warte, auf den drauf. Nice. Nice. So, ich brauche unbedingt den Kopf von dem. Ja, ja, das wäre auch geil, wenn ich mal einen Diager-Kopf hätte, ey. Oder hast du, du hast ja einen Kopf irgendwie. Ja, ja, hier sind auch Milliarden Eisenköpfe. Okay, warte, ich habe einen Diager-Kopf an, okay. Okay, da kommen wieder zwei, wo bist du hin? Oh Gott, oh Gott, nein. Ich war direkt da. Warte, ich habe jetzt heute noch ein Leben. Du nicht, lauf weg. Oh Gott, ich bin hier oben, jetzt gibt es keine anderen Ausgänge, ne? Weiß ich nicht, ich komme auf jeden Fall mit einem hier. Gut, ich bin down. Oh Gott, hier ist... Ah, nicht gut, nicht gut. Oh Gott, das ist ein Fall-Damage, Alter. Oh Gott, easy. Ich bin, ich bin da, ja. Oh Gott. Ich habe fast gar kein Leben. Es ist halt das Dreierteam jetzt noch, ne, irgendwie. Ja, keine Ahnung, was ich machen soll, ich habe kein Leben. Oh Gott, das war dumm von mir. Das war ziemlich dumm von mir. Easy, 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 easy. Easy, easy, Hilfe. Ja, ich komme. Oh Gott, ich habe ein Herz. Aber ich habe kein Leben. Ich habe ein Herz. Ja, okay, nee, egal. Na, geh, 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 geh. Ich bin jetzt weg. Geht jetzt 60 Sekunden, dann zählt, wer am nächsten in der Mitte ist. Du bist du? Nein. Ja, das musst du alleine machen. Ach, easy, nein. Ich habe mich voll gefokust, der hat zwei. Geht, zwei, Schweine. Einer von denen hat noch drei, willst du das machen, bitte? Ja, aber das ist ja egal. Wir sind jetzt 60 Sekunden am Mittelpunkt. Das ist jetzt ganz gut. Also, ich kann mich tatsächlich da ganz gut raushalten. Da wird es gleich richtig zur Sache gehen mit dem Team, was auf das Team geht. Und dann, weißt du, ist das so lucky, lucky, lucky. Okay. Oh, meine Kamera ist übrigens mittendrin ausgegangen, merke ich gerade. Nice. Von daher habt ihr geiles Gameplay. So, warte. Kriegen wir mal hin. Ja, ich nehme ja momentan immer mit der externen auf, weil das einfach geilere Quali ist. Aber anscheinend hatte die keinen Akku mehr. Von daher nicer Shit mittendrin. Aber die gehen echt mitten aufeinander, Alter. Ja, ich sag ja, hier ist jetzt der... Mitten aufeinander, Alter. Hat der Mittelpunkt sich verschoben? Mitten aufeinander. Ne. Ich werde jetzt erstmal hier schön... War ein bisschen zu früh. Ja! Ich hab geworben, wie sehr! Als ob! Einfach zum Schluss noch da reingedrungen. Einfach richtig asozial, noch in der letzten Sekunde, Alter. Wie geil war das denn? Wie lustig war das denn? Oh Mann, dafür war es auf jeden Fall wert, dass die Facecam ausgefallen ist. Das war nämlich echt mega cool. Leute, meine Güte, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Sorry wegen der Kamera. Es macht Spaß. Schaut bei EZ vorbei. Es macht wirklich Spaß. Jetzt Dankeschön an Dr. Banks und sein tolles Team, die hier wirklich gute Arbeit geleistet haben und einfach ihr Leben von 5 auf 3 runtergesetzt haben. So macht es aber deutlich mehr Spaß. randymc.de ist die IP. Schaut beim Crunch Monster vorbei. Der ist in der Beschreibung verlinkt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao!